So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind im Minish Wald und ich habe schon eine Sache, zwei Sachen vor, die ich jetzt unbedingt tun will. Sache Nummer eins ist natürlich das von letzten Part freigeschaltene Loch zu erkunden. Da ist wahrscheinlich eh nur ein Fragment oder so ein Scheiß drin. Da kann ich ja mal kurz reinschlabbern, reinlunzen zum Hylia-See bitte einmal. Außerdem kann man wahrscheinlich oben vielleicht auch tauschen oder so. Aha, vielleicht ist noch ein Herzteil drin. Moment, Moment, Moment. Der Mantel kommt ausgerüstet. Okay, Löcher. Okay, so gefährlich ist es jetzt auch nicht hier. Nein! Okay, außer das Loch natürlich. Aber da können wir auch einfach entspannt drüber. Ah. Oh, hier ist ein ältester. Oh, da ist ein junger Menschen wirklich erfindet. Ich habe es geahnt. Wenn du hier bist, möchte ich meinen wertvollsten Schatz schenken. Ein Container und da hätten wir die nächsten. Alles klar, vielen Dank. Aber traden will er nicht. Schade. Nö, will er echt nicht. Gut, nächster Container und der Rückweg. Oh nein. Hör! Nein! Hör! So, ich fliege einfach die größte Zeit. Ja, so viel Schaden macht das jetzt echt nicht. Kann man sich ruhig mal erlauben. So, dann checken wir noch hier das Häuschen einmal. Er will nicht traden. Okay, dann aber ganz unbedingt, was ich abchecken will. Ich hoffe, da passiert schon was. Äh, ich möchte über die Wolken. Na, geht das? So. Ja, zu diesem Wind mal bitte sehr. So, und dann aber runterfallen. Ah! Ah! So, und noch mehr runterfallen. Ah! Seda-Kquelle. Ja, hier bin ich richtig. Das war hier oben, da haben wir ja schon so ein Ö gehört. Kommen wir mit dem schon? Nee. Hallo? Nee, geht noch nicht. Blöd, okay. Dann muss ich... Shit! Dann... Bei der Ruine gibt es ziemlich viel zu gucken, aber ich muss doch erstmal echt noch einen Haufen Fragmenti vereinen. Geh mal nach Hause kommen. So, hier haben wir ein Trüchen mit 200 Muscheln. Ach du scheiße, Leute. So, dann den Teleportationsstein. Rechts unten ist was. Ja, er ist da. Oh, endlich. Herr Fee. Herr Fee, Herr Fee, Herr Fee. Er ist da. Grüne Mütze, grünes Outfit. Bist du vielleicht eine Fee? Hm, wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. Ich habe einen Glücksfragmenti, du auch wollen wir? Ja, wir wollen noch einen. Klar, Mann, Tingel. Oh, diese Moves, Mann. Eine Fee. So, das ist jetzt Schloss Hyrule, da links oben. Du, 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 du. Ja, sie passen perfekt zusammen. Jetzt kann ich eine Fee werden. Na, viel Glück und Spaß dabei. So, wir kommen auch gleich nochmal wieder vorbei. Stimmt, hier waren wir schon drin. Wollte es nur zum Reloaden nutzen. So, ist Tingel. Er ist noch da. Okay, aber er ist glücklich. Ich habe meinen Brüdern auch ein paar Glücksfragmenti gegeben. Ja, jetzt finden wir die Tingels. Keine Ahnung, wann die offiziell erscheinen. Aber jetzt sind sie da und die stehen immer an so tollen Punkten. Wo wir auch schon ein paar gesehen haben. Okay, hier müssen wir als kleinen Link ins Wasser. Oh, und? Wir wissen auch, wo man klein werden kann. Tschüss. Der will auch tauschen, Mann. Dann nimm mein rotes Fragment. Ich weiß halt echt nicht, wie das mit der Bibliothek sein wird. Ah, die Hexe stellt was Neues her. Hä? Wenn er ausgemacht hat, rotes Elixier ist gleich fertig. Lass mal noch ein bisschen Spuckerei. Lecker. So, will er nochmal traden? Nö, das reicht ihm. Der kommt gleich hier runter. Ja! Abkürzung! So. Und die führt uns. zurück. Hier in so ein Loch. Mit. Einem Herzteil. Und vielleicht hätte es doch schon damit den Herz-teilen als gedacht. Die sind halt jetzt immer jedem möglichen Loch versteckt. Da kann man erstmal gucken. Hit, 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 hit! Hä? Hoa! Diea! Hoa! Ha! Ho! Hey! und auf nach oben in dieses loch da ist doch bestimmt okay ich dachte jetzt echt nur wie ein schleim aber nö war alles sehr schön dann checken wir als die lage an der hülle ok ja hier haben wir eigentlich erstmal alles gemacht das baumstamm haben sogar zwei baumstimmen umgefallen der dritte fehlt aber noch im gong gong gulberg ist gar nichts passiert aber wirklich gar nicht im tal wäre noch was im schloss oben die auch in der ebene es gibt so viel zeug ich würde auch noch mal zum hülle ich habe es original so gespielt so oft zum hülle ja sie nein meine muschel ich brauche den scheiß genau da ist der nächste tingel na tingel david junior ach so das war das war gar kein tingel war der einzige der nicht zu familie gehört david junior so nummer zwei von vier ich weiß jetzt noch wo der dritte ist aber der vierte ja den finden wir durch zufall oh dieser dodge move ich hab's drauf so also als kleiner minus müssen wir hier noch rein da noch hoch dann müsst ihr aber erstmal ah ok oh ne eine verwandlungsstelle ach guck mal nächstes herzteil sehr schön und hier geht's hoch was ist hier denn noch mal ein herzteil und meister cool man können wir eine neue technik er will sogar auf irgendeine weinen frankenbönte ok und das ist ah nördliche ebene sie passen zusammen ich bin maximilian der wahrhaftigste meister der schweizkunst von hyrule wenn du bei mir trainierst musst du schnell fortschritte machen bist du willens ja bitte verständlich ich lehre dich nun die gefährliche technik des energiestrahls um weniger als ein herz übrig schwinge dein schwert und es ist vollbracht ja haben wir verstanden aha dann gibt es kein zurück mehr ich raube dir jetzt deine herzen schwerttechnik muss man mit dem eigenen körper lernen ich mache deinen körper zur marionette und lasse dich die technik ausführen marionettentechnik von meister maximilian 1 2 3 marionette nun sei ich hasse es ha ok macht einfach genau denselben laser ey dieses mit den schultertasten ist das das ist nervig so yay so können wir unsere leben bitte ich will meine leben ach danke so ok äh nächste schwertkunst hier meistert wo geht es denn hier ach guck mal die abkürzung zack das ist schön so dann fehlen jetzt noch zwei techniken ne eine eine war im zoom aber er hat ja gesagt das ist die letzte also können wir da doch noch nichts machen schnell hier rein ich habe die schulterntasten umgestellt statt rechts ist es jetzt links aber es bringt halt immer noch nichts original nichts jetzt hier 50 urine ja ok das war jetzt gar nicht unser geld ist gleich wieder voll gab es denn nicht noch irgendwas und er war hier war hier auf der karte nicht doch da war irgendwas was war denn da ja hier wasser nö keine ahnung irgendwas war da bestimmt irgendwann irgendwann mal oder so erstmal geben wir fett schwimmen der kleine link ist richtig ohne abkürzung ist richtig schnell unterwegs ah ok es geht hier lang hier lang hier zum beispiel rein oh ne noch mehr eis ah nein ah ach komm ich will jetzt nicht langsam gehen ich will action ok zu viel action ja ich streng mich ja schon an ah so rüber alles nur für eine truhe oh ne oh ne diese rutschigkeit man so zack na na alles klar man und eins zwei drei truhe nun mein sei das war ja richtig geil oh oh hat mich da erheitert ich hasse es kann ich nicht mit der lampe hier ja ok ne dann schmilzt das eis ist ja noch dämlicher schwupp 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 langsam langsam ah runter das war gerade auch richtig gut anerkannte so raus hier raus 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 ok ach alles nur jetzt für ok das eine fragment das kann doch nicht sein man aber doch irgendwie voll süß wie alles verknüpft ist so jetzt können wir noch die ranke hoch hier rein hallöchen besuch was ist oh er pflanzt bohnen ja ja das ist perfekt oh die bohnen die braucht man nämlich oh ja es ist die stelle perfekt da hätten wir einmal die bohnen können wir gleich nochmal vereinen ich will noch mehr bohnen ne das reicht ok dann würde ich sagen hier geht es im nächsten part weiter wie immer vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten part euer hensenpeter ciao